Mit den richtigen Vitaminen und Mineralstoffen startest du am besten in den Tag. Der Silvercrest Smoothie Mixer bringt sie für dich in ein handliches Format. Das kleine Kraftpaket mixt aus Obst, Gemüse, Joghurt oder Saft leckere Powerdrinks und Smoothies. Denn durch die vitaminschonende Zubereitung bleiben viele wertvolle Inhaltsstoffe erhalten. Die spezielle Flachklinge zerkleinert sogar Nüsse, die in einem gesunden Müsli nicht fehlen dürfen. Das Mixen und Zerkleinern direkt im Trinkfächer ist dennoch besonders sicher und kinderleicht. So bekommt jeder seinen gesunden Lieblings-Smoothie. Den ganzen Tag frisch, dank des praktischen Verschlussdeckels. Der Silvercrest Smoothie Mixer, exklusiv bei Lidl. Mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, dem Typ-Siegel nur benutzerfreundlich, schadstoffgeprüft, praxisgetestet und dauergetestet und natürlich mit drei Jahren Garantie. Lidl lohnt sich.